Ich kann einfach nicht anders. Ich muss heute nochmal ein Video über Corona machen und zwar nachdem gestern die WHO Covid-19 offiziell zur Pandemie, zur weltweiten Pandemie erklärt hat. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, ist das gerechtfertigt, ja oder nein? Und dann habe ich ein bisschen rumgerechnet und man braucht gar nicht sehr viel Rechenkünste können. Es ist gerechtfertigt, rein statistisch gesehen. Hier ein paar Zahlen und Fakten. Und zwar, es gab schon hier zwischen 1918 und 1920 eine Pandemie, nämlich die Spanische Grippe. Da starben weltweit 25 bis 50 Millionen Menschen. Das waren mehr als im Ersten Weltkrieg. Und da sagt man auf jeden Fall, das war eine Pandemie. Man kann auf Wikipedia Folgendes lesen. Ich lasse es gerade mal ein bisschen stehen. Und dann können wir das dann vergleichen mit Corona. Ich habe heute Morgen eine Grafik von der WHO gesehen im Internet. Und laut dieser Grafik haben wir hier knapp 125.000 Corona-Fälle, also Infizierungen. Und davon haben wir eben hier jetzt 4.600, stark 4.600 Todesfälle. So, und das ist jetzt ganz einfaches Prozentrechnen. Das sind nämlich hier jetzt 3,7 Prozent. Das heißt, im Moment müssen wir eben statistisch im Prinzip davon ausgehen, dass 3,7 Prozent der Infizierten, zumindest jetzt Dunkelziffer ausklassen, 3,7 Prozent und Corona sterben. So, 3,7 Prozent hört sich wenig an. Das ist aber verdammt viel. Ich habe hier nochmal die Grafik von meinem letzten Video. Das ist praktisch so qualitativ, dieser logistische Verlauf. An dem können wir nichts ändern. Der läuft so. Da können wir halt hier an der Form jetzt noch ein bisschen was abändern. Das könnt ihr in meinem letzten Video anschauen. Im Moment befinden wir uns doch da am Anfang. Und da haben wir jetzt noch relativ wenig Fälle. Und insofern, muss ich auch zugeben, war auch ich irgendwie der Überzeugung, das ist alles ein bisschen übertrieben, was man da hier so macht, mit Gegenmaßnahmen und so weiter. Inzwischen bin ich ein bisschen anderer Meinung. Wir müssen nämlich hier diesen Sättigungsbereich anschauen. Wenn sich das laut Experten hier der 70-Prozent-Marke hier nähert, heißt das, 70 Prozent der Bevölkerung wird mit Corona irgendwann infiziert sein oder infiziert. Und jetzt können wir eben hier mal schauen, was sind 70 Prozent der Weltbevölkerung. So, das ist eine verdammt große Zahl. Auf der Homepage von der Tagesschau habe ich hier gelesen, Zu Jahresbeginn hatten wir 7,75 Milliarden Menschen auf der Erde. So, wenn jetzt 70 Prozent tatsächlich von Corona hier infiziert werden, dann sind das hier 70 Prozent von 7,5 Milliarden, sind 5,25 Milliarden Menschen. So, wenn davon jetzt 3,7 Prozent tatsächlich sterben sollten, dann sind das knapp 200 Millionen Tote. So, und ich sage jetzt einmal, das wäre auf jeden Fall eine Pandemie. So, das heißt, das Robert-Koch-Institut und die Weltgesundheitsorganisation, die müssen darauf reagieren. Die können gar nicht anders. Vor allem, um auch die 3,7 Prozent zu reduzieren. Und das heißt Zeitgewinnung, Zeit für die medizinische Forschung, um Behandlungsmethoden zu erforschen und eben auch Impfstoffe zu entwickeln. Und ich bin überzeugt, dass diese medizinische Forschung und Entwicklung im Moment auf Hochtouren läuft und wir werden auch die Corona-Krise überstehen.